kunst ist angesagt kunst ist angesagt ja und du kennst doch auf jeden fall das automotiv was für ein auto ist es denn das ist ein bmw und er wurde im volksmund barockengel genannt sehr schönes bild bitteschön der aber sehr schönes foto schönen tag junger mann einen wunderschönen guten tag holmer schulte golds herzlich willkommen tag hallo der hofst und will aber vorrangig war die ja sollen wir uns siezen oder duzen was ist ja duzen super du hast du dieses schöne foto her durch eine haushaltsauflösung und in einer tüte war dieses foto dann hast du hier direkt bemerkt das muss was besonderes ja ja allein weil es so eingepackt war dann habe ich im internet ein bisschen recherchiert und habe gesagt oh das ist was besonderes das ist schon mal eine tolle sache so mein lieber korn mal warum ist das jetzt so mit handschuhen und ja so vorsichtig zu behandeln ist das ein kunstwerk von einem bedeutenden künstler oder ja das auf jeden fall das schöne ist dass ich dieses objekt scheinbar in diesem schuber befunden hat der mit säurefreiem material gestaltet ist und so ist das bild erst mal in einem guten zustand und auch die beilegenden papiere die weisen ja aus was es eigentlich ist was hat denn dieser peter peter kethmann kethmann was zeichnen aus hat er jetzt hauptsächlich autos fotografiert weil er müsste ich ihn ja eigentlich kennen ja den könntest du gut kennen hat unter anderem sehr große bekanntheit darüber erlangt dass er eine berühmte fotoserie gemacht hat und die drückt eigentlich hauptsächlich aus was für ihn interessant war nämlich der neue blick eigentlich in der zeit des wirtschaftswunders auf die industrie und zum beispiel auf die serienproduktion er zum beispiel 1953 seine berühmteste serie gemacht und die hieß eine serie im volkswagenwerk die ist wirklich sehr bekannt und häufig reproduziert worden peter kethmann ist ein künstler gewesen der wirklich eine hochschulausbildung als lichtbildner hatte der hatte in münchen genossen und er hat nach dieser ausbildung den beruf des werbefotografen ergriffen und vor allen dingen sich der industrie und den details von industrieformen gewidmet also die linien die reflektionen die flächen die an seiner fotografie gestaltet die sind besonders und allein wenn man diese fotografie jetzt mal anschaut da merkt man ja dass der ausschnitt praktisch das ganze etwas verunklärt es ist ja ein blinker zu sehen es gibt dann diese ganzen reflektionen die die formen zwar irgendwie bespiegeln aber an sich sehen wir von dem auto ganz wenig das ist das besondere war das eine sammelmappe oder ja es ist ein so genanntes portfolio es ist eigentlich eine sammelmappe denn dieses bild ist aufgenommen worden 1956 und diese berühmte fotografie ist dann immer wieder abgezogen worden und der fotograf peter kethmann hat seine eigenen abzüge in unterschiedlichen größen gemacht natürlich vor allen dingen 1956 aber auch in den 70ern und 80er jahren und das sind immer von ihm gemachte silber gelatine abzüge also die höchste profession die man eben bei einem fotografischen abzug so haben kann was waren denn da für andere motive drauf die anderen motive waren also einmal ein bmw kotflügel das ist der das ist dieser hier also die anderen motive waren dann die schallplatte von 1936 oder auch zum beispiel hier der öl tropfen von 1956 das portfolio mit allen dreien wurde dann an die besten kunden als weihnachtsgeschenk überreicht 1987 war nur ein motiv aus dieser dreier serie auch schon fertig und hier steht dann auch drin das professor wilhelm schürmann das ist einer der wichtigsten deutschen professoren für fotografie dass der die abzüge überwacht hat und wir wissen auch dass es 100 exemplare dieses neu abzugs gab ist denn da irgendwas signiert ja dazu schauen wir mal auf die rückseite des fotos und die rückseite die zeigt jetzt hier zum einen sowohl nebeneinander dass es nochmal die edition uniplan ist die das ganze herausgegeben hat die audition hier das erste stück davon und dann daneben erscheint der schriftzug von peter kethmann jetzt ist die sache die dass das also sehr authentisch aussieht wie eine richtige signatur aber ich halte beides eben für gestempelt deshalb ist das auch so leicht schief wie ist denn der zustand der zustand also ich gehe sehr vorsichtig damit um aber der zustand ist leider so dass er nicht perfekt ist also die ecken sind etwas abgestoßen und hier oben gibt es eine knickpartie innerhalb des fotos und es gibt verschiedentlich eben verunreinigungen und kleine oberflächliche fingerspuren so richtig wertvoll wäre es wenn es komplett wäre mit allen dreien aber dieses eine wird liebhaber finden ja es ist ein beruhigtes das denn hier steht da irgendwo ein datum drauf an dem objekt selbst nicht aber wir wissen eben dass das ganze hier durch den beigelegten brief an den beschenkten der das weihnachten 87 erhalten hat eben weihnachten 87 fertig gewesen sein muss und es steht auch genau hier drin gleichzeitig möchten wir nicht versäumen darauf hinzuweisen dass man hier die erste eine mappe hat und das erste blatt der edition also die anderen sollten folgen ja da würde ich gerne mal einen wunschpreis wissen mein wunschpreis wäre 4.500 euro für ein foto für ein foto jawohl aber nicht irgendeins was sagt colmar dadurch dass der fotograf nicht mehr lebt nichts mehr neues in den markt kommt wird auch dieser spätere abzug hoch gehandelt und ich bin hier durchaus bei 2700 bis 3000 euro mein gott kinder ihr werft hier mit zahlen durch die gegend das ist ein kurz flügel vom auto der fotografiert wurde aber schöner ja klar das auto ist ein traum würdest du dafür verkaufen ja auf jeden fall jetzt nach dem neuesten wissensstand ja vielen dank viel erfolg da drüben danke bitte schön alles gute da geht es um die plan edition nummer eins peter kätmann so jetzt bin ich auch mal gespannt wir haben fotografien hier haben wir jetzt allerdings so wie ich sehe nur den kotflügel ich wünsche mir das händler anruf von dieser diese foto haben oder oder von fotografie überhaupt und dass sie versuchen sich gegenseitig hochzubieten dann steige ich mit ein um den bestmöglichen preis zu erreichen im idealfall hat man im händlerraum schon recherchiert und weiß genau über das besondere stück bescheid viel glück hallo daher ja ein teil von einem automobil haben sie uns mitgebracht nämlich den kotflügel also ist das ein bmw heißt der 501 das ist ein bild von 1957 also ich denke mal der bmw ist auch von 1957 ob das jetzt 501 ist da will ich mich nicht festlegen weil man ja nur den kotflügel sieht ja also wir haben nachgeguckt es gibt auktionsergebnisse wo solche exemplare ein paar tausend euro bringen dann starten wir 1000 1100 1200 1300 1500 1600 1800 ist schon toll ja es gibt große fans gerade von der fotografie ich bin auch selber ein leidenschaftlicher sammler von fotografien dann mache ich weiter mit 1900 2000 2050 2100 2100 2100 2223 2350 24 2500 2500 2600 2600 2700 2700 2700 2800 2800 2800 29 2300 3000 3000 3100 3100 3150 sollen wir uns jetzt jetzt zerfleischen oder was machen wir jetzt hier so sieht es aus es soll ein geschäft bleiben nicht ja richtig dann hör doch jetzt mal auf sind das gebote bei denen sie schon verkaufen wird ja dann höre ich jetzt auf 3150 von mir okay gut gut und mehr als die schätzung dann zähle ich mal hier vor 246 8 10 246 8 10 246 8 10 sind 3000 und dann kommen noch 50 100 150 dazu und zack ich danke ganz herzlich ja super alles ja also das erste gebot direkt kam und schlag auf schlag weitergegen da wusste ich was erreicht ich ganz herzlich halt wo ich auch mit zufrieden bin Bis zum nächsten Mal.